Liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, ihr seht hier liegt ein toter Drache, Salognir, der von Alduin höchstpersönlich wieder zum Leben erweckt wurde. Und jetzt schuldet uns Delfinen ein paar Antworten. Oh, hier ist ja Sturmmann für sich gerade noch. Und ich bin zu schwer. Aber ich hab doch hier gerade... Da kommen die Fellstiefel weg. Der Fellshelm weg. Ja, okay, die auch mal noch weg. Oh. Ja, mein Stahlschild hab ich gar nicht bemerkt. Und kommt die Eisenkriegsartikern auch weg, so. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Oh ja. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Ich habe diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen, als Ulfric vor den Kaiserlichen geflohen ist. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochen hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Die Klingen? Wer ist das? Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut. Um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Was ist unser nächster Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Hilft mir auf die Sprünge. Wer waren nochmal die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Wieso denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts handfest ist, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Weshalb sind die Talmoor in Deutsch her? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborbenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Ja, und jetzt? Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Und wie kommen wir in die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Und abgeschlossen eine Klinge im Dunkeln. Und begonnen diplomatische Immunität. So, jetzt aber erstmal wieder nach Weißlauf gehen. Ein paar Sachen verkaufen. Die Drachenknochen im Briesenheim ablegen gehen. Mal gucken, was wir noch so alles jetzt noch mit uns rumschleppen, was wir nicht mehr brauchen. Fühlt ihr euch? Krank? Ja, stimmt. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Dann mache ich das mal noch zuerst. Dann heile ich mich mal von dem Knochenbrecherfieber. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Äh, naja, eigentlich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Ja, bitte. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. So, jetzt erstmal alle Krankheiten geheilt. Ja. So, dann haben wir noch ein paar neue Zutaten. Und zwar Eisgeistzähne. Essen wir mal Glühstaub. Riesenzähne. Lecker, da schmeckt die schon besonders gut. Die Tundra-Baumwolle. Und Wacholderbären. Wart mal, war ich hier schon gewesen? Ja. Aber hier noch nicht. Da war es aber auch leer. Ach, guckt mal. Der Baum. Leute, der blüht wieder. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Künishain. Äh, ja, da komme ich gerade her. Wählt aus meinem hochwertigen Fleischangebot. So, und dann verkaufen wir ja ein paar Sachen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles stimmt. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Und der Granatstein weg damit. Bitte kommt wieder. So, ich habe jetzt die eine Heizkette von Dibela nicht verkauft, obwohl wir zwei davon haben. Die würde ich nämlich gerne entzaubern. Und zwar um eine Drachenfeste, damit wir das auch mal noch gelernt haben. Die bringen es ja kaum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Heute nehmen sie euch den Glauben. So. Entzaubern. Hä, warum kann ich das nicht entzaubern? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Kriege? In letzter Zeit hat Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Da verkaufe ich doch eine Kette von die Bella. Brauche ich ja im Prinzip dann gar nicht mehr. Zauberbuch Heilung. Nö, behalte ich mal. Sie haben einen Winter. Bei Ismir. Ihr habt geholfen, den gülden Grünbaum zu retten. Worte können nicht beschreiben, was das für die Stadt bedeutet. Also ihr seht, hier hat es nochmal drauf angesprochen, und jetzt blüht endlich der Baum wieder. So, da legen wir noch ein paar Sachen ab. Können ja vielleicht auch sogar noch kochen. Nein, als ich jetzt... Aber jetzt was braun möchte ich nicht. Das will ich jetzt nicht. Ich möchte gerne hier einfach... Nein, jetzt... Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Das habe ich da aus diesem alles rausgenommen. So, wollte ich das Ganze machen. So, die Zaubertränke. Kommen hier rein. Ich glaube, ich habe außerdem die Tränke hochgemacht, die wir damals mitgenommen haben. Die würde ich dann auch nochmal... Ja, die nehme ich hier nochmal alle raus und bringe die wieder runter. So, jetzt... Können wir auf jeden Fall wieder einiges tragen. Oh, das sind schon ein paar Tränke hier, die wir noch haben. So, die Schriftrollen lege ich aber noch ab. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. So, perfekt. Wo ist... Dann würde ich mal sagen, treffen wir uns mit Delfinen noch im Flusswald. Und dann würde ich eigentlich auch gerne wieder den Part beenden. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt! Ich habe einen Plan! Ich hör grad, du wärst schon nix hier. Aber okay. So, weißt du was? Ich nehme einfach mal das Gold jetzt hier raus. Und hier auch das Gold einfach mal. Achja, und das Gold auch. Das Gold ist alles mir. Äh, kommt hier nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmoor einschleichen? Die Botschafterin der Talmoor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmoor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der richtige, aber er kann euch helfen. Er heißt Marlborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmoor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass er euch im zwinkernden Skewer treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Marlborn arrangiert habt. Noch Fragen? Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Macht euch keine Sorgen wegen Marlborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmoor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmoor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Okay. Gut. Ich will auch mit dir gar nicht weiter sprechen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, lassen wir sie in Ruhe schließen. Hier den Schrank. Und würde dann sagen... Was müssen wir jetzt überhaupt mal machen? Wo müssen wir genau denn jetzt hin? So. Diplomatische Triff Marlborn in Einsamkeit. Das ist die Hauptstadt von Himmelsrand. Also die nächste große Stadt. Das ist auch im Prinzip sogar meine Lieblingsstadt. In Skywim. Aber die ist ganz dort hinten. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich jetzt erstmal nochmal offscreen nach Briesenheim gehe. Mal die ganzen Sachen noch sortiere. So was noch irgendwie... Dass ich noch irgendwie was machen muss. Und dann würde ich sagen, gucken wir im nächsten Part an, ob wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Oder ob wir irgendeine Nebenquest machen. Muss ich noch überlegen. Vielleicht können wir ja auch mal jetzt den Vermissten machen. Ich denke, da wären wir auch mittlerweile, glaube ich, stark genug, um die, äh... Abzuschließen. Ich spreche mit dem Anführer der Gefährten. Das ist ja auch in Weißlauf. Das ist im Prinzip die Kriegergilde. Aber... Ne, ich glaube, die mache ich erst später. Na, wir werden es ja mal sehen. Okay, gut. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht... Ja, ja, die Dämmerwacht, Vampirjäger und was weiß ich. Ja, 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 kenne ich alles schon. Bitte halt die Klappe. Danke, 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 danke. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder in Skywim. Macht's gut. Ciao.